wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt an eine künstler so diese bewegung und ein bisschen mehr tanzen wäre ja vielleicht noch was fürs auge gewesen aber bis dahin war das schon nicht eine gute leistung danke ich würde mal sagen ein hoch politisches thema etwas kindlich verpackt aber es ist ein ganz wichtiges thema und es war super vorgetragen kompliment und da hat man offensichtlich den kopf noch schnell rausgenommen und den bischof eingefügt es gibt natürlich jetzt auch in der b-note volle punkts es siegte heribert mehlmann mit seiner boygroup und dann sind wir dabei da ist prima prima und 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 und